Das Netz trifft, aber bleibt nicht hängig. Der Retiarier hebelt den Schild auf und sticht zum Rücken. Publikum, wir wollen einen ausgeglichenen Kampf sehen. Bekommt er das Netz wieder oder ist unser Retiarier so überlegen, dass wir ihm eine Waffe wegnehmen müssen? Also zwei sagen wegnehmen, die Mehrheit enthält sich, ihr seid alle bei der SPD und ein Großteil ist dafür, dass es jetzt nochmal bekommt. Ich habe meine eigene Realitätswahrnehmung und ich habe acht Gladiatoren, die mir recht geben. Der Sektor war einfach nichts mehr unterwegs. Der Sektor war einfach nicht mehr unterwegs. Er nutzt es aus mit einem Stich den Umwaschen. 2 zu 0. Jetzt walt es an. 1 bluschen. 2 uhr, 1. 1 zu 1. 1 zu 1. 1. 1 zu 1. 2. 1 zu 1. 1 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. Und dann steht die Stimmung wieder sehr gut aus. Das ist Toy Jerry auf Römerisch. Und Jerry hat den Hintergrund gefeiert. 2 zu 1. Prognate. Jetzt hat man gesehen, wozu der Schilder steht. Der Schilderbuckel war nämlich genau auf Kopfhöhe. Der Schilderbuckel. Das ist ein flitzbarer Schilderbuckel. Der Exi schneidet er neun über den Hintern. 2 zu 2. Das ist ein flitzbarer Schilderbuckel. Das ist ein flitzbarer Schilderbuckel. Das ist ein flitzbarer Schilderbuckel. Der Kampf endet. 3 zu 2. Das ist ein flitzbarer Schilderbuckel. Das ist ein flitzbarer Schilderbuckel. Duststststststststracağız heute mit guter Schilderbuckel und Collide Hatten Luther comentiert. Hier ist der Stall.